Willkommen zum Info-Video vom 7.3.2018. Vorab sei gesagt, das ist das einzige Video, das ich heute hochladen werde. Ich schaffe keine anderen. Man hat vielleicht auch schon gemerkt, dass ich in letzter Zeit auch mit Thumbnails und Titeln nicht hinterherkomme. Das sollte sich aber in den nächsten Tagen wieder eingependelt haben und dann sollte alles wie gewohnt weitergehen, dass man direkt täglich die Videos sieht mit Titel und Thumbnail. Ich werde heute oder morgen nochmal die Titel für die fehlenden Videos und Thumbnails nachreichen. Ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt und es nicht als allzu schlimm seht. Und dann fangen wir einfach mal direkt mit dem ersten Thema an. Es beginnt wie so oft mit dem Haupttitel auf meinem Kanal, die COD Games. Dafür haben wir heute mal beide Videos in einem kurzen Thema, also beide Spiele, COD MW2 und WW2. Beide sind ja auf meinem Kanal zu finden. Zu beiden Spielen sei gesagt, ich habe aktuell mit meinem Aufnahmeprogramm ein paar Probleme mit beiden Spielen. Denn WW2 hat verbuggte Dateien, die ruckelig, hakelig und komplette Sekunden bis 20 Sekunden am Stück Sachen fehlen. Bei MW2 habe ich Standbilder oder Blackscreens. Ich muss das mal sehen, wie ich das mache. Ich habe jetzt erstmal die Methode live aufzunehmen, aber das ist jetzt auch keine Lösung. Da Liveaufnahmen halt, wie ich im Video schon erwähnt habe, nicht das Beste ist, weil es einfach viel Speicherplatz wegnimmt und auch einfach mich hindert, ordentlich aufzunehmen, wenn ich alles live kommentiere. Ich könnte natürlich auch einfach so spielen ohne kommentieren und aufnehmen. Es nimmt auch dermaßen viel Speicherplatz weg für die Zeit, die ich eigentlich täglich spiele, wenn meine Festplatte doppelt und dreifach voll. WW2 hatte ich bis vor kurzem noch den Bug, den viele hatten, dass das Spiel gecrashed ist. Es kam gestern ein Patch raus, ich habe seit dahin aber nicht mehr gespielt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es bei mir behoben wurde. Ich denke schon. Ich werde auch heute, morgen oder übermorgen nochmal reinschauen und vielleicht werde ich dann ja sehen, dass der Bug bei oben ist und die neuen Maps ohne Probleme spielen kann. Und dann werdet ihr auch wahrscheinlich wieder COD-Videos sehen, wenn mein Aufnahmeprogramm denn auch nicht mehr fehlerhaft ist. Ich hoffe mal. Und das war es dann auch mit MW2 und WW2. Sofern mein Aufnahmeprogramm nicht mehr Probleme macht, dann wird auch diese beiden Projekte wieder gut losgehen. So, kommen wir zum letzten Thema des heutigen Tages, andere Projekte. Darunter fallen zwei Singleplayer-Spiele, und zwar Gothic und Freeman Guerrilla Warfare und der Multiplayer-Titel Survarium. Fangen wir erstmal mit dem Multiplayer-Titel an, damit wir das schon mal hinter uns haben. Da wird es demnächst halt wieder losgehen. Ich muss für Survarium nur die ein oder andere größere Vorbereitung treffen. Ich wollte ja schon gerne am Anfang letzten Monats Survarium bringen. Es hat leider durch die wenige Zeit, die ich habe, nicht geklappt. Und dann kam noch dazu, dass halt Survarium-Videos selbst nur ein Viertelstunden-Video braucht, bis zu zwei Stunden zum Rendern. Das ist das Problem bei mir. Ich rendere sonst ziemlich schnell meine Projekte durch, ein Video von COD, 10-20 Minuten. Und ja, Survarium ist eins dieser Projekte, die lange brauchen. Und ich musste dank dem neuen Aufsatzsystem viel umdenken, viel neu planen, wie ich das jetzt mache und viel überlegen. Und ich habe immer noch keinen perfekten Weg gefunden, keine perfekte Idee gehabt, wie ich jetzt anfange. Deswegen werde ich einfach ganz random starten und mal sehen, wie es läuft. Gothic, Freeman, Guerrilla Warfare. Beide Singleplayer-Projekte, beide auf meinem Kanal vertreten. Beide machen mir enorm viel Spaß. Werden auch beide bald wieder anfangen. Ich kann einfach so viel sagen. Gothic wird eine Folge die Woche geben und Freemang Guerrilla Warfare auch eine Woche, vielleicht sogar zwei Folgen die Woche. Das muss ich mal sehen, wie es zeitlich passt. Aber ich kann nicht sagen, wann es anfängt mit einer Folge der beiden Titel. Das wird sich zeigen, wie ich mich wieder einarbeite, wie es ideentechnisch bei den Hauptprojekten COD aussieht oder ob eins dieser Spiele vielleicht auch den Platz von COD ab und an mal einnehmen muss an einem Tag, wo ich vielleicht kein COD aufnehmen kann. Das heißt, das sind sozusagen Lückenfüller, wenn ich mal Probleme haben sollte aufzunehmen. Ich werde diese Spiele auch gut im Vorrat aufnehmen können, da ich einfach live spiele, live kommentiere und einfach meine Meinung dazu sage, was da gerade abgeht. Und das mache ich bei COD nicht. Da brauche ich ja ab und zu mal ein kleines Thema und langsam gehen mir da die Themen halt aus. Genau aus diesem Grund sind Gothic und Freeman demnächst wieder eine Großaufnahme anzutreffen. Das heißt also, ich werde viele Folgen aufnehmen und dann sehen wir mal weiter. Das wären die anderen Projekte gewesen. Da geht es dann auch weiter, wenn ich bereit bin. Das kann also noch ein paar Wochen dauern. Das kann aber auch schon bald losgehen. Das wären dann so die beiden Hauptthemen, die wir heute hatten. COD und die anderen Projekte. So, wie immer die Abschlussworte. Danke fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und lasst mir noch eine Bewertung da, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen sollte oder ändern könnte oder ob dieses Infovideo gut war, wie es ist. Und es sei denn einfach noch simpel gesagt, hoffentlich werden dann die nächsten Projekte, die dann weitergeführt werden, beziehungsweise nach längerer Pause mal wieder angefangen werden. Das ist ja Gothic und Cervarium gut bei euch ankommen. Ich habe gesehen, dass die Cervarium-Videos enorm viele Aufrufe haben und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Und ich hoffe auch, dass die Probleme sich mit meiner Aufnahmemethode einpendeln, so dass wir einfach mal wieder auch ordentlich COD spielen können. Genauso wie auch die Probleme, dass sich die Leute vielleicht auch mal mit den Namen und den Emblemen in WW2 zusammenreißen. Ich hatte jetzt auch in der WW2 das ab ein oder andere Mal Leute mit einem unanständigen Namen, aber das ist bis jetzt noch nicht so oft vorgekommen. Und ich hoffe, das passt sich einfach wieder an. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns ja das nächste Mal wieder. Euer Remske. Haut rein. Ciao, ciao.